Nach Linz bin ich eigentlich wegen der Arbeit gekommen und nach und nach hat sich Linz mir erschlossen. Er wurde immer netter, charmanter. Als Hörgeräteakustiker arbeite ich seit circa 25 Jahren. Ich würde das Verhältnis zu Unitron als freundschaftlich betrachten. Also das sieht man auch im Hinblick auf die Unterstützung. Wir verwenden Unitron-Geräte, weil das Design und speziell die Flex-Trial-Technologie uns eine hohe Flexibilität bei der Hörgeräteanpassung bietet. Durch die Upgrade-Fähigkeit der Unitron-Hörgeräte bin ich nicht für fünf oder sechs Jahre an einen Technologie-Level gebunden. Familie ist mir sehr wichtig, auch die Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Wir haben ein gemeinsames Hobby, das ist das Bogenschießen und das Radfahren. Mein Name ist Andreas Stoffels. Ich arbeite für die Firma Hörgeräte Bargus in Linz und mein liebster Klang ist das Lachen meiner Kinder.